Guten Abend miteinander. Aus dem grossen Frischproduktenangebot von GOP möchte ich euch heute die Regina vorstellen. Die erste Traube aus Italien, die bei uns erhältlich ist. Aus dem tiefsten Süden von Italien, aus Apulien und dem Golf von Taranto kommen die Regina-Trauben, die ihr dieses Wochenende bei GOP für nur 1.50 Franken das Kilo bekommen. Die anspruchsvolle Regina braucht das ganze Jahr viel intensive Pflege, bis man sich ablesen kann. Und nur die schönsten Früchte werden als Tafelobst für GOP ausgesucht. Die Regina mit ihren länglichen, grossen Beeren und einem leichten Muskat-Aroma eignet sich nicht nur zum so zu essen, sondern zum Beispiel als Törtchen auf Vanillecreme angerichtet und mit Rahm garniert. Profitiert also morgen, übermorgen und am Samstag von diesem günstigen Traubenangebot. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei GOP Zweifelpompchips. Alle Sparpackungen 80g günstiger. GOP Salami Tipo Nostrano 100g statt 92g nur 1.98g. Apelzeller 1a 100g nur 1.25g. Zum Schluss noch eine Neuheit. Viel Erfrischung mit wenig Kalorien bieten die drei neuen Light-Getränke von GOP Citro, Orange und Creep Light. Ein fruchtiger Genuss für alle, die die Durst leicht nehmen wollen. Auf Wiedersehen! hoch Jahre Jahr 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 Untertitelung des ZDF, 2020